Natascha, du bist das erste Mal im Trierlund Ingolstadt, darfst am Sonntag mit Start Nummer 1 ins Rennen gehen. Ist das eine große Bürde für dich, beziehungsweise mit welchen Erwartungen gehst du hier an den Start? Ich finde es eine wunderschöne Ehre, besonders ich habe ein neues Fahrrad. Jetzt bekommt mein neues Fahrrad in meinem ersten Rennen die Nummer 1. Was für eine Ehre, das freut mich ja unheimlich. Ich empfinde es als großartige Auszeichnung. Wir kennen dich nur eigentlich mit deinem alten Fahrrad, mit dem Cheetah. Mit was bist du jetzt unterwegs? Auch mit der neuen Technik? Ich sage jetzt mal ein Cheetah-Neubau. Das Fahrrad heisst Ventum und ich durfte mein eigenes Design drauf machen. Und jetzt habe ich da für jeden Hawaii-Sieg eine Blume drauf. Also ich habe jetzt ein Fahrrad mit sechs Blumen. Und ja, das ist natürlich etwas ganz Spezielles für mich. Ich habe all die Jahre mit meiner Cheetah gefahren und jetzt habe ich gesagt, es ist nötig, dass die Cheetah pensioniert wird. Also die gehen in den Ruhestand. Ich überlege mir da noch einen guten Platz dafür oder was wir damit machen. Guter Zweck oder Versteigerung oder irgendwas, eine Charity, irgend sowas wird es noch geben. Jetzt haben wir gehört, du hast zuletzt Probleme mit der Schulter gehabt. Inwieweit kann das dich am Sonntag im Rennen behindern? Das kann meine Leistung am Sonntag insofern behindern, dass wenn es mir zu stark weh tut, werde ich einarmig schwimmen. Weil ich war jetzt im Trainingscamp und da konnte ich auch nicht schwimmen. Ich war zwar im Wasser, aber ich habe einfach mit meinem rechten Arm geschwommen, weil ich nicht will, dass die Schulter überlastet oder sich entzündet. Ich weiß, wie lange das gehen kann. Das ist ein ewiges Theater und das wollte ich, ich tue das der Gesundheit nicht mehr an. Und ich mache jetzt die Rennen aus Freude. Ich will das genießen. Ich finde es großartig, dass ich hier sein darf und starten kann. Ich bin nicht mehr so schnell wie früher. Und ich habe aber auch den Ehrgeiz nicht mehr. Und darum, wenn ich mit der Schulter jetzt, wenn das zu fest weh tut, werde ich eben einarmig schwimmen. Macht nichts. Läuft die Stoppuhr dann noch mit? Die Stoppuhr, ich hatte die ganze Zeit in meinen Jahren auf der Cheetah die erste Uhr, die ich in Hawaii gewonnen habe. Also das war so eine Timex und die habe ich da vorne hingeklebt. Ich hatte keinen Fahrradcomputer. Von dem her hatte ich schon immer eine Uhr, die mitlief, aber nicht so richtig auf Hightech. Und jetzt ist mir die Zeit völlig egal. Es ist einfach wichtig, dass ich auch mal erleben darf, wie normale Leute oder Alltagssportler ihren Wettkampf machen. Ich werde auch mit denen sprechen unterwegs. Also ich bin nicht so verbissen unterwegs, dass ich jetzt da versuche, das Rennen zu gewinnen oder einen neuen Streckenrekord zu machen. Diese Zeiten, die habe ich erlebt, die durfte ich erleben. Das sind großartige Gefühle. Aber jetzt so zu erleben, was Alltagstriathlet, wie der die Strecke sieht und Leute zu begeistern, das ist das, was mir jetzt unheimlich Freude macht und ich gerne weitergebe. Und wenn ich noch ein Team Schwimmer oder ein Team Läufer finde, dann machen wir auch ein Team. Wenn ich irgendwen dazu motivieren kann, das finde ich wunderschön. Ich möchte etwas von den positiven Erfahrungen und von dem, was ich im Sport erleben durfte, weitergeben. Es ist ja so, du hattest einmal eben beim Ironman Hawaii diese ganz schwere Verletzung. Es war ein Unfall. Momentan ist es so, dass ganz ganz viele Profiathleten ja verletzt sind mit eher Überlastungserscheinungen. Ist das jetzt eine Sache dieser neuen Zeit im Triathlon? Ich habe so den Eindruck, dass früher das mit diesen Verletzungen nicht ganz so schlimm war. Ich habe das Gefühl auch und ich habe auch vermutet, als diese neue Regelung kam, wo man mehrere Ironmans pro Jahr machen musste, um nach Hawaii gehen zu dürfen, ich habe mich da gefragt, wie lange die Athleten das durchhalten. Denn ich weiß, ich hätte es nicht durchgehalten, in einem Monat zwei Ironmans zu machen. Das geht zwar mal, aber das kann man nicht. Ich glaube, ich glaube, man kann es nicht über Jahre machen oder man hat einfach eine sehr stabile und robuste Gesundheit. Aber ich weiß aus meiner Erfahrung, ich habe meinen Körper, zum Glück, ich hatte einen guten Trainer dahinter, der hat immer gesagt, du brauchst Regeneration. Auch wenn ich das Gefühl hatte, ich will ein nächstes Rennen machen, da hat er gesagt, es gibt die nächsten drei, vier Monate kein Rennen. Und ich glaube, das war einer von den Gründen, der mir erlaubt hat, 30 Jahre in dem Sport dabei zu sein. Und das nicht mit Überlastungsverletzungen, sondern halt mit einem Sturz, der ein bisschen unglücklich ausgegangen ist. Sonst wäre ich nicht verletzt gewesen. Jetzt in Ingolstadt, du hast gesagt, du willst Freude haben. Ich denke, der Veranstalter, der Gerhard Budi, hat dir einiges über das Rennen erzählt. Auf was bist du besonders gespannt? Ja, also ganz besonders ist es mal diese Stimmung. Ich bin in Hawaii auch mit zweieinhalbtausend Athleten am Start. Aber da ist der Fokus so intensiviert. Das ist schon mal was ganz anderes, als hier einen See zu haben, eine ganze Area zu haben, die doch schon sehr persönlich ist. Und dann die Landschaft, die soll ja einfach großartig sein. Ich kenne es nicht, aber ich habe jetzt noch ein paar Tage Zeit. Zum Glück ist die Pressekonferenz so früh. Ich werde die morgen anschauen gehen. Zwei Runden um den See. Ich glaube, für die Zuschauer ist das großartig. Und mein Partner wird auch mitmachen am Wettkampf. Also sind wir wieder bei den familiären zurück. Mal schauen, wer zuerst im Ziel ist. Auf der Radstrecke gibt es eine kleine Bergwertung. Würdest du da versuchen, besonders schnell hochzufahren? Nein, da kann mich nichts locken. Ich weiß noch, früher war ein Powermann in Sofingen. Da hatten wir diesen steilen, steilen Berg und da gab es immer eine Bergwertung. Und ich habe gesagt, wisst ihr was, ihr könnt sie haben. Ich mache mich da nicht kaputt. Die Strecke, die dauert etwas länger. Ich werde da mein Tempo hochfahren. Zur Zwischenwertung. Danke fürs Interview, Natascha und viel Spaß am Sonntag hier in Ingolstadt. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es schauen viele zu und kommen viele vorbei. Danke dir.